Heute mal Türchen Nummer 22. In diesem Türchen war Meister Tin. An die, die dachten, dass es Obi-Wan war? Nein, er war es nicht. Er starb nicht durch ein Lichtschwert, da kurz davor eins mit der Macht wurde. Kommen wir nun zu den Kommentaren und dann zu Türchen Nummer 23. In Türchen Nummer 23 ist ein Charakter, der eiserne Nerven hatte, Menschen half und braune Augen hatte. Schreibt mir nun die Kommentare, wer es sein könnte und vielleicht seid ihr im neuen Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017